Moin zusammen, ne? Ja? Ha? Du hast eine Trunkfüger verloren, ne? Ja? So? Und so? Ja? Hallo? Dicker? Du? Dicker? Fetter Pfannkuchen, ne? Brauch Pfannkuchen ist das, ne? Schau mal her. Und so? Du bist der blaue Taschenvogel, ne? Volker Marion, ja? Siehst du das? Hm? Und du bist noch gar nichts, ne? Bist du noch gar nichts, oder? Doch, du bist noch der Hohntisch, ne? So ist auch der Hohntisch. Schau mal her. Und so? Du bist ein Hahn für Viziner, ne? Ja? Haben wir endlich einen Hahn gefunden, ne? Und was für einen das, ne? Und was für ein Leben das, ne? Und so ein lieber Hahn. Ja, ne? So. Hm? Haben wir endlich einen gefunden, ne? So. Ja. Alles gut mit dir, hm? So. Alles gut mit dir, hm? Alles gut mit dir, gehst du so ein bisschen, na ja. So. Hm? Ja. Hm? So. Jetzt noch ein Taschenvogel, ne? Ein Mädel, ne? Ein Mädel Taschenvogel. Auch wir suchen ja Jungs im Moment, ne? Die Jungs, die sind gefragt, ne? Ja. So. So. Eke? Ich bin auch ein Mädel, ne? Ja. So. Ich bin auch ein Mädel. Komm her. Ja? Ja. Jetzt sind ein Mädel Taschenvogel, ne? Ein Mädel Taschenvogel, ne? Ja. Ja. Wir suchen ja einen Jungs noch, ne? Wir suchen noch einen Jungs, ne? Ja. 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 Ich bin zwar ein jung, aber kein Taschenvogel, ne? Ja. Noch jedenfalls nicht, ne? Noch jedenfalls nicht. Komm her. Genau. Gut. So. Was schwirrt noch hier rum? Gut. Und was schwirrt noch hier rum? So. Ja. Ja. Alles gut? Ja. Alles ist gut, ne? Alles ist gut, ne? Komm her. So. Alles ist gut, ne? Komm her. So. Ey. Was ist hier? Den haben wir denn noch da, hier. Den haben wir denn noch da. Komm her. So. So. Oh. Was war das? Was war das? So, hm? Du bist auch einer von den guten, ne? Ja. Ja. Du bist doch auch einer von den guten. Aber auch ein Mädel, ne? Du bist doch auch ein Mädel, ne? Und du? Du bleibst hier, ne? Du bleibst hier. Und du? Du bleibst hier. Hibbel. Alles gut, Hibbel. Hm? Noch ein Mädel, ne? Hibbel. Du. Noch ein Mädel. Du bist ja gar nicht Hibbel. Du bist ja gar nicht Hibbel. Ja. 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 Aber ein Mädel, nicht? Du bist ein Mädel-Taschen-Froger, nicht? Ja. 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 Alles gut, Madame? Ja. Alles gut. Ja. Alles gut. Alles gut mit dir. Ja. Bist du Hibbel? Nein. Auch nicht. Wo ist Hibbel denn? Hm? Ja. Wo ist der Hibbel denn geblieben? Hm? Wo ist die Hibbel denn versteckt? Hm? Hibbel, wo bist du? Hm? Hibbel. Wo ist Hibbel? Hibbel, die stellen wir uns noch an. Ja. Hattest du Hibbel versteckt? Ja. Ja. Hattest du Hibbel versteckt? Ja. Hattest du Hibbel versteckt? Wie ist ja was? Hm? Komm mal her, doch Peter, komm her. Einmal zeigen, ne? Das ist doch ein Reise-Berlin für den Dienstag, ne? Ja, der Reise-Berlin, ne? Und du? Ja, alles gut, ne? So, die Kartenkohle, hm? Und du, wer bist du? Hm? Wer bist du, Glatze, ha? Glatze bist du, ja. Trotzdem hab ich ihn noch nicht gesehen, ne? Wo ist Hibbel? So. Wo ist Hibbel? Hm? Hm? Ja, ich warst du nicht, was ihr Laten. Da oben. Ist da, Hibbel? So, ja. Da hat er sich versteckt, der Hibbel. Hallo, Hibbel, alles gut? Ja. Oh, oh, oh. Was ist das? So, Wolke. So, komm mal her. Komm her, Wolke. Was ist los, du? Was ist los, Wolke? Du, wollen wir uns heute nicht zeigen? Du alte Wolke, ja. Wollen wir uns heute nicht zeigen? So, du, du, Lauretta, ja. Alles gut, Lauretta, ja. Du, Wolke, Lauretta. So, da ist Lauretta, ne. So, da hinten stimmt einer. Komm mal her. So, alles gut mit dir, bitte. Und die Tante, du, ja. Alles ist gut, ne. Ja. Die Tante ist alles gut. Nur mit der grünen Tante, ne. So. Die grüne Tante, komm her. Das sind noch so viele Fügel, ja, ne. Ja. So, die sind noch so viele Fügel. Ne. Aber da gewöhnt ihr euch noch dran, ne. Ja. So. Hallo. Hallo. Alles gut, ne. Oh, keine Angst, ne. Wir sind doch sowieso schon Freunde, ne. Hallo. Wir sind doch sowieso schon Freunde, ne. Komm her. Ja. Sind wir Freunde? Ja, ne. Die sind schon Freunde, ne. Und wir beide werden Freunde, ne. Komm her. Ja. Wollte. Bitte, Tante. Gut. Alles gut. Gut. Das ist hohe Wolke. Ja. Du gehst nach Leppenmaten, ja. Gehst du nach Leppenmaten, ja. So. So, dann machen wir Schluss, ne. Efe. Dann machen wir jetzt Schluss, ne. So. Ja. Vielleicht wird der Hippel ja auch nach Leppenmaten, ne. Efe. So. So. Hm. Vielleicht wird der Hippel ja auch nach Leppenmaten, ne. Hm. Alter, Hippel, ne. Ja. So. Nehmt, Lauretta. So. Und tschüss. So. 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 So.